Servus Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute nur ganz kurz, aber sehr wichtig, weil ich bin der Meinung, dass ich herausgefunden habe, warum Final Cut Pro in Kombination mit dem Mac Mini M1 in der 8 GB Variante, ganz wichtig, so Probleme macht. Und tatsächlich ist 8 GB genau das Stichwort, weil vermutlich liegt es wirklich am Speicher selbst. Final Cut Pro verbraucht schon beim Schneiden relativ viel und da gibt es im Hintergrund einen Service, der wirklich extrem viel Speicher verbraucht. Das geht dann beim Schneiden und beim Hin- und Herschieben so an die 4 GB und drüber. Und das in Kombination mit den 8 GB Speichern, die der Mac Mini in der 8 GB Variante sowieso nur hat, kommt sehr schnell oder schafft man es sehr schnell, dass man die 8 GB überschreitet. Dann fängt er dann an mit Auslagern und hin und her und genau da scheint dann die Problematik zu beginnen. Ich kann es technisch nicht erklären, ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, dass es was damit zu tun haben muss und wir schauen uns auch direkt nach dem Intro das Ganze am Monitor mal an. Bis gleich. So, wir schauen uns das Ganze jetzt mal am Bildschirm an und zwar dieser Service hier, VTD Decoder XB Service. Der zieht wahnsinnig viel Speicher beim Schneiden von Videos und dementsprechend geht natürlich der Gesamtspeicherbedarf hier unten. Ich schiebe das gerade mal ein bisschen zu, dann sieht man das später besser. Der Gesamtspeicherbedarf hier, der belegt ist, der geht natürlich dementsprechend auch hoch. Momentan sind wir auf 5,9 GB. Ich habe Final Cut offen, ich habe WhatsApp offen, natürlich hier die Aktivitätsanzeige, ein Finder-Fenster, ein Microsoft Edge. Aber es hat damit nichts zu tun, ich kann Edge auch zumachen. Ich kann auch das Finder-Fenster schließen. Quick-Time-Player kann ich nicht schließen, ist für die Bildschirmaufnahme momentan zuständig. Ich kann hier auch alles zumachen. Audacity kann ich auch nicht schließen, damit nehme ich gerade den Ton auf. Aber spielt auch überhaupt keine Rolle. Man sieht, Speicher überlegt, jetzt gerade 6 GB, ist gerade egal, das sind alles Miniprogramme, jucken nicht. Egal, worum es tatsächlich geht, ich gehe mal ins Final Cut rein und ihr hört, der Ton ist da. Ich mache gerade mal ein bisschen lauter. Alles wunderbar. Aber jetzt seht ihr schon, alleinig durch das Hin- und Herswipen hier in dem Projekt, geht der Speicher von diesem VTD-Decoder-Service extrem hoch. Und der belegte Speicher ist jetzt schon auf 7,32 GB angestiegen. So, jetzt machen wir das mal ein bisschen hin und her. Ich tue hier mal ein bisschen schieben. Ich schiebe hier, um es schneller zu machen, mal ein Video hin und her. Einfach ein bisschen hin und her schieben, jetzt ist schon der Ton weg. Und jetzt gebe ich dem Ganzen mal Ruhe. Ich habe ja in einem anderen Video gesagt, dass wenn ich Final Cut Pro schließe und wieder öffne, dass es dann wieder funktioniert. Und das ist auch tatsächlich so. Aber jetzt mache ich es mal nicht. Ich gebe dem einfach ein bisschen Ruhe. Man sieht, dieser Service hier, der gibt wieder Speicher frei. Der Gesamtspeicher geht auch wieder runter. Und wenn sich das alles ein bisschen beruhigt hat, speichermäßig, kann ich auch wieder in Final Cut rein. Und mein Ton ist wieder da. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ich schiebe nochmal was hin und her und nochmal was hin und her. Und wir treiben den Speicher einfach wieder hoch. Behalte es mal schön im Augen da drüben und zack, Ton ist wieder weg. VTD-Service, 3,19 GB, Gesamtspeicher war wieder knapp an den 8 dran. Ist immer schwierig genau zu sehen, weil der aktualisiert natürlich nicht so schnell hier unten. Aber der belegte Speicher geht immer so knapp gegen 8 und der VT-Decoder XPC-Service, der rennt so gegen 4 hoch und dann ist der Ton weg. Ja, gebe ich dem jetzt wieder eine kleine Verschnaufpause dem Ganzen und gehe wieder in meinen Final Cut, ist der Ton wieder da. Also, und das ist wirklich reproduzierbar, immer das gleiche Spiel. Sprich, irgendwann scheint da wirklich einfach der Speicher nicht mehr auszureichen und der Ton hängt sich auf. Und wenn sich das Ganze wieder beruhigt hat, funktioniert es wieder. Ja, ihr seht, es ist tatsächlich kein Spaß. Es scheint wirklich ein Problem des Speichers zu sein. Der 8 GB Mac Mini M1 ist halt irgendwann einfach am Kotzen, wenn der Speicher zu sehr hoch geht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob das grundsätzlich ein Problem vom Speicher ist. Also bedeutet 8 GB sind einfach schlichtweg zu wenig oder ob das ein Softwareproblem ist, dass man das in den Griff bekommt. Weil eigentlich läuft er erst sehr gut. Und irgendwann läuft halt einfach der Speicher voll. Aber muss ja vielleicht nicht sein. Könnte ja auch ein Bug sein. Ich habe dazu mal ein bisschen recherchiert und in diversen Foren habe ich über den Service, der da vorläuft, über den VTD-Decoder-XP-Service auch einiges gefunden. Allerdings nicht in Kombination mit Final Cut Pro, sondern in Kombination mit dem Microsoft Edge. Dort war es anscheinend schon so, dass Leute berichtet haben, dass wenn sie Microsoft Edge irgendwelche Videos anschauen, die über den Browser kommen, dass der VTD-Decoder-XP-Service einfach extrem viel Speicher frisst. Und es geht teilweise so weit, dass sich der Mac Minimum 1 aufhängt. Dieses Problem wurde aber durch ein Update von Microsoft Edge behoben. Ich habe das auch probiert nochmal zu reproduzieren. Bin also auf die Seiten, die da als Beispiel angegeben wurden, draufgegangen. Hab mir die Videos angeschaut. Absolut alles wunderbar. Kein Problem. Hat bestens funktioniert. Das könnte natürlich jetzt auch für Final Cut Pro gelten, dass wenn da ein Update kommt und die das in den Begriff bekommen, dass die 8GB Problematik, wie ich es jetzt einfach mal nennen möchte, dann passé ist. Ich habe da noch ein bisschen weiter recherchiert und habe einen YouTuber gefunden, der nennt sich Ben Aqua und kommt aus dem englischsprachigen Bereich. Und der hat exakt genau das gleiche beschrieben, wie ich es jetzt tue. Lustigerweise schiebt er sogar exakt auf den gleichen Dienst. Er hat da mehrere Videos gemacht, dass er schon bereits nach zwei Wochen Benutzung von seinem M1 Mac Mini enttäuscht ist. Und er hat sich dann die 16GB Variante bestellt und ist damit anscheinend glücklich. Ich habe ihn auch angeschrieben, habe gefragt, ob er schon für die 8GB Variante eine Lösung hat für das Problem. Dann sagt er, nee, hat er nicht. Aber mit seiner 16GB Version vom Mac Mini M1 funktioniert das Ganze anscheinend tadellos und er hat bisher noch keine Probleme. Ja, das Video hätte ich mal oder seine Videos hätte ich mal schon früher finden sollen, aber egal, wie auch immer. Jetzt ist wenigstens mal ein Anhaltspunkt da. Also es scheint wirklich so zu sein, 8GB für Videoschnitt in Final Cut Pro machen einfach momentan keinen Sinn. Und jetzt kann man nur hoffen, dass das Problem wirklich durch Software-Updates behoben wird. Ansonsten wird wohl in meinem Fall die einzigste Lösung sein, das Ding verkaufen und die 16GB Version holen. Im Nachhinein sehr schade und auch sehr schade, dass man darüber früher nichts gehört hat, weil ich meine, die ganzen YouTuber, die das Teil gehypt haben, die waren ja am Schneiden. Die haben in ihren Videos ja allerlei 8K, 4K, weiß der Geier was für Videos geschnitten und es ging anscheinend wie Butter, aber kann ja irgendwo nicht sein. Ich habe leider keine 16GB Variante zur Verfügung, aber wäre natürlich cool, das mal rauszufinden, ob das tatsächlich so ist. Ich vermute einfach mal ja, so falsch kann ich nicht liegen und es wurde auch bestätigt oder der Ben Aqua hat es quasi ja schon früher rausgefunden, sagt das gleiche. Ja, wird einfach daran liegen, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich werde auf jeden Fall wieder ein Update bringen, sobald das Problem entweder behoben ist oder ich mir halt dann doch eine 16GB Variante gekauft habe. Mal gucken, was zuerst passiert. Momentan ist einfach nur sehr frustrierend, weil man kann einfach jetzt nichts dagegen tun und ja, abwarten und Tee trinken. Das wollte ich euch nur kurz erzählen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.